Hallo YouTube und willkommen zu einem Ankündigungsvideo von mir, Marjonas, für euch, um euch Informationen zu geben. Und zwar geht es um das 1000 Abonnenten Special, das ich seit 3-4 Monaten aufschiebe und jetzt endlich durchziehe, weil ich die Zeit und Ressourcen habe, um es zu tun. Tut mir leid für den Delay, aber ey, lieber spät als gar nicht. Und zwar mache ich einen 12-Stunden-Stream am Freitag, den 30.03. um 12 Uhr geht es los. Was wird gestreamt, fragt ihr euch sicher. Oder, Jonas, du hast schon öfters 12-Stunden-Streams gemacht, das ist nicht besonders, Mann, du, du, mach mal was Originelles. Kreativität ist nicht meine Stärke, ich weiß. Aber, ich habe mir trotzdem überlegt, wir werden nämlich, mal hier kurz einblenden, werdet ihr entscheiden, mit dieser Abstimmung hier, in welchem Game wir anfangen, was wir dann jeweils für 2 Stunden streamen werden. Natürlich, in diesen 2 Stunden werden wir für das nächste Game auch abstimmen. Das heißt, wir haben da so eine schöne Rotation von immer 2 Stunden können wir das Spiel wechseln. Oder ihr stimmt einfach für das gleiche Game ab und könnt dann einfach das Spiel, was wir jetzt gerade spielen, auch verlängern. Das heißt, wir könnten für alle 12 Stunden Splatoon 2 spielen, potenziell. Oder, die Mehrheit entscheidet, dass wir auch mal das Spiel wechseln, alle 2 Stunden. Da werden wir immer schöne Rotationen drin haben. Und, was ich auch noch erwähnen sollte, was vielleicht schon ein paar Leuten aufgefallen ist, also, ich hätte gern mehr Unterstützer, weil das heißt mehr YouTube Money, das heißt, ich kann mir für das Auto kaufen. Nein. Aber, ich werde für jeden Unterstützer, wie es ja so wunderbar auf Deutsch übersetzt ist, werde ich den Stream in eine halbe Stunde verlängern. Das bedeutet, wir haben jetzt schon 2 Unterstützer, den Benben und den Max, mein Cousin, und dadurch wird der Stream automatisch schon 13 Stunden gehen. Es wird so ablaufen, dass halt pro Unterstützer eine halbe Stunde mehr gestreamt wird. Ja. Ist ja einfach, simpel. Aber, wir werden nicht über 24 Stunden lang streamen. So viel traue ich mir nicht zu. Das heißt, maximal haben wir am Ende 24 VIPs und dann geht der Stream insgesamt 24 Stunden. GG, Jonas. GG. Und ich habe noch einen kleinen Bonus, wenn sich irgendjemand so frei fühlt. Und wenn wir 25 VIPs kriegen, werde ich meine Mütze ausziehen und dann seht ihr meine Glatze oder Perücke oder was auch immer darunter sich versteckt, ne? Bra. Okay. Das wäre es aber auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich am Freitag. Ich sollte erwähnen, dass in der Beschreibung findet ihr einen Link, wo ihr dann schon für das erste Game abstimmen könnt. Das wird bis Freitag gehen. Und dann werden wir sehen, mit was der Stream anfängt und wie der Stream weitergeht. Bis dahin, haut rein und bis zum... Kacke, ich kann keine Autos. Egal. Ich hatte das raus noch. Fuck. Däumen auf Däumen. Und dann geht's mir wieder da. Vielen Dank.